Für mich ist ein Platz mit dem Elternforum immer zu wichtig, weil er so einen Stil einfach noch nicht gehen hat. Er hat einen Platz keinen Sinn, wo er als Ältere hinkommt, egal wie alt, keiner am Vorgeholt ist. Sie wird während der Schwangerschaft, wann keiner am Kleinkanalter sind, wann sie an Schule gehen, wann sie Jugendliche gehen. Ich sehe nicht so viel darüber, wie ich als Lehrerin geschaffen habe, dass man die Bühne so getrennt hat, dass die Kante am Vordergrund auf der Bühne und Ältere stehen. Allerdings hat man die Bühne getrennt, dass man durch einen Spot hat, dass man auf die Ältere gerichtet hat. Man weiß nicht, ob die Hand oder die Töchter in der Matte steht. Eine Aktivität ist an drei Vollen abgedeilt. Das ist am Anfang von von Leuten, die sich begegnen, in Changes, Krabbelgruppen zum Beispiel, oder auch in ältere Caféen, wo Leute einfach kommen, eine Länge oder eine Materie kann er. Der zweite Vollen wäre die Kuchen in Formation, wie zum Beispiel Babymassage, für mich länger, ich halte viel für mich. Das ist ein sehr gut für ihn. Dann haben wir auch eine Kuchen zur Pfermortalität, zu Ehekran, wie das an der Pubertät. Und dann haben wir auch der Vollen Akkompagnement. Natürlich, wir bieten auch punktuell und das lässt sich können hier eine Berührung aufrufen. Wir versuchen dann an einigen zu verkehren und wir können eine neue Perspektive aufzeigen, gehen, aber auch nicht mehr in ganz drei Partnern, wo wir sie weiter orientieren können. Der Kermotiv von der Aktivität am Elternforum ist, die Bindung zwischen den Eltern und der Kanar zu stärken, den Austausch zwischen den Eltern zu fördern. Wenn wir mal zu oben hier sitzen, für Eltern und Jugendliche, da bekommen wir oft ein Feedback, dass die Eltern nicht mehr so den Austausch mit anderen Eltern, wie sie vielleicht für die Kinder haben, an der Primärschule, wenn sie an der Schulhaft stehen. An der ersten Zeit haben wir lange auf den Austausch gestaltet und dann nicht zu viele Kontakte zu Eltern mit gleicher Alter zu haben. Mir wäre es gut auch gefällt, dass das Angebot einfach verschiedener entzugänglich aussieht, wie viel zu in ihr Fleisch tut oder egal wo ihr wohnt, weil am ganzen Land vertraut sind. Aktivitäten, die gut besicht sind, sind von allem die, wo die Eltern sich ganz konkret können, etwas darin auch herstellen. Sie kommen mit ihren Kanar und den Krabbelgrub. Sie merken dann aber selber, wie flottet wie sie auch aus, denn es ist schon etwas anderen Älteren zu leben. Ich bin ein Stay-at-Home-Dad, wahrscheinlich sechs Monate später. Manchmal fühlt man sich ein bisschen schuldig. Manchmal fühlt man sich ein bisschen schuldig. Manchmal ist man alle Tage zu Hause. Man hat etwas wie das zu kommen, das macht eine große Unterschiede. Ich habe mal eine Woche, wo es ein Guaranteied-Gruppe gibt, das ist wirklich cool. Man hat sich mit anderen Eltern zu sprechen, und man hat sich was, was sie gehen. Man hat sich mit anderen drei. Man hat sich mit anderen Menschen, dass sie mit anderen Menschen beginnen wollen, dass sie mit anderen Menschen beginnen wollen. Man hat sich mit anderen eine Chance zu kommen. Ich setze mich darauf, dass sie zusammen leben, zusammen spielen, zusammen Kaffee trinken, zusammen sprechen, zusammen zusammen sein. Man hat sich einfach einen kleinen Platz holen, wo man mit Kanadskan zusammen sein kann. und einen guten Moment verbringen, nicht allein zu sehen. Das aber auch schenken einfach sich mit anderen Eltern auszutauschen und so auch etwas beizulehren. Es ist einfach. Es ist nicht ein Element supplémentaire Stress in der Bildung unserer Kinder. Wir kommen, wenn wir wollen. Es gibt kein Verwaltungen. Es ist immer willkommen. Wir können auch die Sprache kommen. Wir können auch die Sprache kommen. Das Ziel des Elternforums ist, das ganz klar für die Verbindung zwischen den Eltern und ihren Kanad zu stärken. Wir gehen davon aus, dass wir stark Eltern haben und auch stark Kanad. Wir haben alle Familien aus Erner und in der Inselschacht. Alle Familien sollen den Weg gehen, wo sie gehen wollen. Ein Ziel ist, die Eltern auf dem Weg zu begleiten, wo sie gehen wollen. Vielen Dank.